Das ist nur ein Zombie. Verdammt, wo ist der Typ? Gehst du mir jetzt nicht auf den Geist? Nee, der hat den Ender-Backpack an. Der kann doch jetzt nicht so einfach verschwunden sein. Scheinbar doch. Schade. So, ab zu den ganzen Kühen. Da unten ist mein Schaf. Dich brauche ich und niemand anderen. Da. Und das war's. Und können wir... Wir können wieder zurück. Ja. Die fliegt... Da vorne... Nein. Das ist nur ein Zombie. Verdammt, wo ist der hinten? Ich möchte sein Ender-Backpack... Und zwar... Und zwar... Jetzt. Ja, hallo Q, wie geht's dir da oben? Nein. Nein. Okay, schade. Gibt's eben heute kein Ender-Backpack. Irgendwann anders mal. Komm, flieg was schneller. Das ist so das Problem an dem Jackpack, finde ich. Dass man... Ziemlich langsam ist. Also... Dass man so ziemlich langsam ist. Flieg. Flieg. Komm, flieg, meine Lieben. Mein liebes Jackpack. Was machst du im Moment? Für EU... 15. Ja, ist ja gut. Haha. So. Ähm. Ich muss mal... Alles Mögliche wieder weglegen. Was ich... Nein. Was ich nicht mehr brauche. So. Boah. Und wir laufen. Äh. Mal wieder nach oben. Und jetzt aber. Bitte. Hoffentlich klappt es. Nein. Ja. So, dann haben wir unser erstes Hass mit Amor-Teil. Oder wie es auch heißt. Was willst du? Komm rein. Stirb. Bleib draußen. There are too many monsters nearby. There are too many monsters nearby. So. So. Rubberboots generieren alle fünf Schritte einen Tick. Also ich bin jetzt bei 82. Also ich bin jetzt bei 82. drei Mal nach Boots gucken. Ob es da vielleicht was anderes gibt, außer Rubber Boots. Static Boots, genau. Da, die machen das. Die generieren alle fünf Sachen. Einen Tick. Bedrock. Longfall. Boah. Ich hab übrigens letztens mir Portal gekauft. Portal 2. Und ich muss sagen, das Spiel ist richtig, richtig geil. Also nicht einfach nur so geil, sondern richtig geil. Und ich wollte gerne ein Let's Play davon machen. Aber erstens nein. Und zweitens habe ich jetzt während der einen oder während des einen Tages so viel gespielt. Das ist einfach na ja. Ich zeige euch die Level und das war's. Ach ja, ich habe mein Zeug schon dabei. Wieso nur bin ich so inkompetent. Dum 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 dum. Dum dum dum. So. Was haben wir jetzt mit der Chestplate? Na? Guck ich eben hier rüber. Hier rüber. Also das heißt anders gut. Das heißt und das ist Nein. Nein. Industrial Kraft Armour. Nein. Ich möchte ich möchte Industrial Kraft Armour Ui. S-U-I-T So, da haben wir es Zwei Orange Dye Habe ich noch Orange Dye? Nein, habe ich natürlich nicht Gut Dann heißt es wieder zurück in den Regenbogenwald Orange Dye holen Äh Aber vorher machen wir noch uns einen Amor Stand Äh Hallo Schreibe ich das falsch? Ja Okay, dann ist das ja kein Wunder Wegen meiner Rechtschreibung Amor Stand Gut, Sticks Stone Slap und Iron Stone Slap Haben wir bestimmt nicht mal hier Weil ich so klug war Alles einfach zu verbrennen Stone Ein Stone haben wir noch Juhu Immerhin Das bedeutet Ich baue mir hier einfach noch einen Stone ab Hier den her Werde mal kurz brennen Ich brauche zwei dafür Stimmt, ja So Wieso habe ich jetzt plötzlich sechs? Okay Mache da raus Slaps Habe hier bestimmt noch etwas Iris Sinn irgendwo rumfliegen Da zwei Stück Super Aber ich habe hier keinen Der Dirt kann übrigens weg Habe hier nichts anderes rumfliegen Das bedeutet, ich muss hier nach Sticks ausschauen So Stone Slap Iron Okay Vielleicht baue ich die mal von Beta Storage Die Frage ist, was ist der Unterschied? Und das ist der von Bibiocraft und der ist von Beta Storage Gut Nein Was möchte ich eigentlich anhaben? Ich möchte eigentlich Achso Ja Das bedeutet So muss man das machen Den finde ich geiler Muss man das nicht machen So Neuer Tag Neues Glück Direkt wieder zurück ins Schlaraffenland Ab ins Schlaraffenland Oh Vielleicht sollte ich vorher noch mein Jetpack aufladen Aber das ist ja nur ein kleines Problem Dann habe ich noch 10 Minuten Dann komme ich da hin Und ich glaube auch wieder zurück Also das klappt schon Zack